Guten Tag, jetzt habe ich das schon so oft gesehen, dass ich das auch mal machen möchte. Hier sind fünf Gründe, warum ihr in ein professionelles Tonstudio gehen solltet. Erster Grund, Katze. Das natürlich auch, aber der erste Grund ist tatsächlich eine intensive emotionale Erfahrung. Allein schon das Bewusstsein, dass man sich in einer professionellen Umgebung befindet, kann dich viel mehr dazu inspirieren, dich mehr emotional mit deiner eigenen Musik zu verbinden. Und dadurch erlebst du sie natürlich deutlich intensiver. Zweiter Punkt, die erhöhte Konzentration. Ein professionelles Tonstudio ist meist frei von Ablenkungen. Du kannst dich voll konzentrieren auf das, was du vorhast. Du und deine Bandmitglieder, ihr könnt eure Emotionen deutlich besser kanalisieren. Und das führt logischerweise zu einer deutlich besseren Performance. Punkt 3, die Streigerung deines Selbstbewusstseins. Die Qualität der Aufnahmen und die Unterstützung durch professionelle Tontechniker oder Produzenten tragen dazu bei, dass du dich sicher fühlst. Und folglich wirst du dadurch emotional offener und kreativer. Punkt 4, die Schaffung einer bleibenden Erinnerung. Diese kreative Reise wird sich für immer in dein Gehirn einbrennen. Und Punkt 5, die Verstärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls. Das Pfeilen an Details und letztendlich das Erreichen eines gemeinsamen Ziels bringt dich mehr zu deinem Selbst und verstärkt das Band zwischen dir und deinen Bandmitgliedern. Es gibt natürlich noch zig weitere Punkte auch technischer Natur, aber das sind meines Erachtens die fünf wichtigsten aus der Gefühlswelt. Wenn ihr eure Musik also auf das nächste Level bringen wollt, geht in professionelle Tonstudios, zum Beispiel zu uns. Und wenn ihr wissen und hören wollt, was ich so alles produziert habe, ich hab mal auf Spotify geguckt, was da überhaupt gelistet ist von dem Kram, der hier im Studio passiert ist. Und ich blende das hier mal ein. Osmato heißt die Playlist, also eine digitale Visitenkarte. Klickt das ruhig mal an und hört, was ich bisher alles so verbrochen habe. Abonniert mich, macht mich reich und berühmt. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao.